so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings ja schön dass du da bist schön dass du eingeschaltet hast ich begrüße dich herzlich willkommen auch an alle meine lieben kanalmitglieder ja ich habe leider keinen kanalmitglied dazu bekommen deswegen gibt es heute keinen trommelwirbel aber das wird schon nach der nächsten trommelwirbel kommt bestimmt meine lieben ich hoffe es geht euch gut auch in dieser komischen zeit corona ist noch nicht mal verschwunden klopft schon der russe an die tür also irgendwas ist ja immer ich will nur hoffen dass ich das ganze in so ein bisschen beruhigt dass das nicht allzu schlimm wird ich habe mir schon gedacht habe ich mal ein reading dazu mache eine legung aber es fühlt sich irgendwie nicht richtig an ja zum krieg ein reading zu machen für die kollektiv legung ich hatte schon mal eine private legung jahren zu diesem thema mache ich natürlich dann auch aber hier auf youtube habe ich mich entschieden mache ich nicht da vertrauen wir einfach mal auf unsere energien ja wir lassen und lasst uns alle hoch schwingen lasst uns gute vibes haben dass wir diesen bösen dieser niedrigen schwingung da so ein bisschen entgegentreten können und einfach hoffen dass das ganze schnell vorbei ist ja so meine lieben es ist wieder soweit orakel 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 es ist sonntag um das ist denn sonntag immer traditionell hier am kanal schon immer die botschaft vom wunschpartner na und da wollen wir natürlich immer in die energien reinschauen was ist denn mit dem wunschpartner los was hat er uns denn zu sagen wir stellen also gar keine konkrete frage für die legung sondern wir bitten einfach um eine botschaft von vom wunschpartner das geschieht jetzt in der kollektivenergie das kann sein dass du dann gut damit in resonanz gehst oder die dinge rauspicken kannst wenn du nicht in resonanz gehst ist auch okay weil ich kann ja nicht für jeden hier auf youtube passend legen dann schreib mich gerne an dann mache ich gerne ein persönliches reading für dich ist alles unten unter jedem video in der infobox oder du gehst auf meine schöne homepage angel-readings.de da stelle ich mich dann auch mal vor wer ich bin was ich bin wie ich bin wo ich bin was ich mache meine readings wie ich zum kartenlegen gekommen bin mein gästebuch ist ja da und so weiter also wer mag kann sich da auch gerne mal umschauen ich freue mich wenn ich von dir höre keine scham keine scheu wenn es dir nicht gut geht melde dich bitte bei mir dann versuche ich dir natürlich zu helfen so wir wollen mal anfangen ich mache mich jetzt mal klein oh die kamera ist ja noch aus das ist schlecht das wollen wir mal ändern ok so dann wollen wir mal gucken wir legen wieder den guten mann raus wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn geblieben für das orakel und ich möchte dich jetzt bevor es losgeht auch bitten in die atmung rein zu gehen deine augen zu schließen beim einatmen atmest du nur gute energie ein frische energie positive energie beim ausatmen geht der ganze alltag raus der stress geht raus der kummer geht raus alles wird rausgeblasen und du atmest nur gute energie ein und dann stellst du dir vor deinem geistigen auge deinen wunschpartner vor er kann vor dir stehen vor dir sitzen egal wo da wo es dir gefällt da wo du dich wohlfühlst und dann nimmst du seine energie auf du siehst ihn vor dir du spürst ihn und wenn es dann immer so ein bisschen in der brustgegen anfängt zu kribbeln dann hat er dir gestattet in die energie rein zu gehen du nimmst sie auf und dann stellst du ihm jetzt die frage was hast du heute für eine botschaft für mich okay gut meine lieben ja wie machen wir es denn immer wir machen eine frage eine legung wir schauen mal und machen eine neunerlegung schau mal wichtig bei neunerlegungen beim kartenlegen immer eine frage eine neunerlegung ganz wichtig sonst kommt nichts richtiges dabei raus also immer ganz wichtig für die die auch gerne selbst mal karten legen nicht 20 fragen stellen eine neunerlegung machen und dann kommt nichts gescheites dabei raus wir stellen hier auch nur eine frage was hat der wunschpartner heute für eine botschaft zwei vier sechs sieben eine brauchen wir noch so dann schaue ich natürlich immer gerne mal an die unterseite des decks nach dem mischen wissen wir ja alle die hauptenergie das sind die brücken so die brücken am quai da schauen wir mal was man für eine klärungskarte dazu bekommen auch schön der stern das steht hier auch immer gerne mal für die spiritualität für die klarheit für die fülle und für die wunscherfüllung und wir wollen mal gucken was wir da für karten bekommen so so mein kleiner monk ist in der alarmbereitschaft so das habe ich übrigens ganz toll hingekriegt schaue ich das mal an das lassen wir jetzt einfach mal so stehen na ich bin halt nicht der größte dekorateur aber ich denke es passt schon so die botschaft hauptenergie die brücken und der stern so da geht es ja jetzt erstmal um verbindungen verbindungen zwischen themen verbindungen zwischen menschen und wenn es um euch beide geht du bist ja auch gefallen ist das natürlich eure verbindung ja dein wunschpartner sieht schon hier auch so aus als hätte er den wunsch mit dir eine verbindung einzugehen ja der stern die klarheit die fülle die wunscherfüllung ja dass er sagt okay ich wünsche mir diese verbindung eigentlich schon mit dir na ja und ich sage eigentlich eigentlich schon ne kann ich mir sparen weil es eine sehr sehr aussagekräftige hauptenergie an der stelle die klarheit die fülle der wunsch nach der beziehung nach der verbindung zu dir ähm was wir hier haben ja entweder ist das ein mann der aus einer beziehung oder einer ehe kommt ja er dreht hier dem anker den rücken zu vielleicht kommt er irgendwo aus einer stabilität aus einer sicherheit heraus und möchte ein neues fundament gründen eine neue basis ja das haus ist natürlich auch so eine schöne karte in liebesfragen ein fundament eine basis worauf man aufbauen kann wo man sagt da da kann man dann schön miteinander eine beziehung aufbauen auf einem festen fundament auf dieser basis die er da im kopf hat also es sieht nur aus oder es könnte gut gut und gerne auch ein mann sein der gerade aus einer ehe aus einer beziehung raus geht ja und vielleicht sich die beziehung mit dir wünscht also du bist jetzt hier die nummer eins an der stelle wenn man das mal so sagen darf ähm du hast auch diese verbindung diese basis dieses fundament im kopf weil du bist ja auch gefallen die karten die euch verbinden auch sehr schön ja zum einen das haus die basis für euch beide und hier auch der ring das ist ja so eine karte für eine jahr partnerschaft äh ich will jetzt nicht gleich ehe sagen lasst euch damit ruhig zeit ja ähm ähm aber der ring natürlich auch so eine karte wo man sagt da läuft rund da passt na also hier auch schöne energien ähm für euch beide und du schaust ja auch schon auf diese partnerschaft drauf und auch auf die lilien sechs sinnlichkeit romantik also hier auch eine schöne karte die lilien eigentlich so eine karte wo eigentlich alles dazu passt was in eine beziehung reingehört na also du bist hier auch schon absolut bei deinem wunschpartner er möchte die feste basis mit dir haben errichten die verbindung sein wunsch mit dir zusammen zu sein ja und ja was wir jetzt hier unten noch sehen ja ist so ein bisschen komisch ich meine gut die masken ähm die stehen so ein bisschen fürs hin und her gerissen sein ähm die masken äh dass man sich auch für etwas entscheidet aber die entscheidung ja zu dir zu kommen ist schon gefallen hier oben auch wenn es schwierig wird ja vielleicht sieht er da zwar noch ein paar hürden ähm was das angeht bis er bei dir ist aber das ist ihm egal ja die masken ist immer auch so ja eine sache wo man sich für was entscheiden soll und er scheidet sich für die hürden für die schwierigkeiten um in die liebe zu gehen mit dir ähm was hier natürlich unterm strich auch wieder ein schöner liebesbeweis wäre also ich sehe schon ihr beide habt glaube ich jetzt erstmal nicht so leicht da ist irgendwas ähm weil er sich von diesem anker hier weg dreht kann sein dass er aus seiner beziehung kommt oder sein sicheres nest verlässt ja und hier lieber mit dir etwas aufbaut du bist hier natürlich sowieso schon ähm ja ähm voll in der liebe drin er möchte die beziehung haben und er entscheidet sich auch für dich auch wenn hier hürden und schwierigkeiten sind und am ende des decks ja da liegt jetzt schon die schönste karte im deck die liebe na also wenn du ja diese diese frage wenn du ein persönliches reading gebucht hättest bei mir und einfach um eine botschaft von einem wunschpartner gebeten hättest dann würde ich dir jetzt hier auf jeden fall sagen dein wunschpartner dein botschafter der mann dein botschafter dein wunschpartner möchte dir auf jeden fall sagen dass er sich die beziehung mit dir wirklich wünscht dass er etwas sicheres stabiles für dich zurücklässt um mit dir zu beginnen und auch hürden und schwierigkeiten in kauf nimmt damit ihr beide in die liebe gehen könnt also schaut sehr sehr schön aus meine lieben ist doch wunderbar na da geht mir doch gleich das herz auf und euch hoffentlich auch na ja meine lieben da schaut es mal so aus wie es ist ich würde mal sagen wenn es euch gefallen hat dann zeigt es mir gerne mit einem daumen drauf jetzt spule ich mal alles ab was ich habe wenn du möchtest du mir eine freude machen möchtest dann abonniere den kanal dann bist du dabei in der schönen angel readings community wenn du mir eine mega mäßige freude machen möchtest ja dass ich durchdrehe und du deinen trommelwirbel auch bekommst dann kannst du auch kanalmitglied werden das heißt du gehst einfach auf youtube dann suchst du meinen kanal aus drückst dann auch mein gesicht und da kommt dann auch schon der button mitglied werden und dann kannst du aussuchen was du dir im monat erlauben kannst und kannst auch jeden monat wieder rausgehen sofern du das möchtest und dann darf ich dich herzlich in der kanalmitgliedschaft begrüßen gibt sonntags immer das große deck das mache ich ja heute auch noch mal für die kanalmitglieder da schauen wir nämlich immer in die kommende woche hinein was erwartet uns denn da so was passiert denn da so und das ist auch immer ganz spannend und ich freue mich wenn du dabei bist meine lieben ich bin raus ich will euch gar nicht lange aufhalten wünsche ich jetzt einen ganz ganz tollen sonntag seid lieb zueinander passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten video servus